Moin Moin, hallo und herzlich Willkommen zurück zu der Gnomameh. Würden die anderen vielleicht mal mithelfen? Eh, du auch? Wird sich nicht versteckt, gar? Okay, es ist zumindest schon mal offen. Und jetzt tragen sie alle. Oh, wie geil ist das? Ich trage alle hier die Kohlen rein. Also das finde ich cool gemacht. Das Feuer sieht ein bisschen komisch animiert aus. Das sieht gut aus, aber die stille Flamme nicht so. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, jetzt ist noch das hier unten. Alles klar, so kommen wir hoch. Ich will noch nicht durch die Tür durch. Nee, 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 nee. Ah, das müsste das sein. Oh, stimmt. Es gibt hier so ein nettes kleines Achievement. Und ich glaube, das müsste hier sein mit dem Ofen auch verbunden. Hehehehe. Außerdem ist hier eine Flasche. So quer das Ding. So. Wunderbärchen. Das war, glaube ich, die zweite von... Ich glaube, war auch wieder fünf. Bäh. Fünf. Ähm. Wenn das hier die richtige Stelle ist, müssen wir... Am Ende wirklich einen Gnom da reinwerfen, kann man sagen. Alter. Tolles Spielzimmer hier. Oh, nee. Knarzen am Boden. Äh. So. Da kommen wir nicht hoch, okay? Nee. Aber irgendwie müssen wir hier rüberkommen. Und ich glaube, wir werden auf Grabelhans wieder stoßen. Opa Grabel haben wir ja erledigt. Jetzt hätte ich gerne einen Gnomi-Bärt hier. Oh Gott, muss ich hier echt einen Gnom mit hochkriegen? Ich habe es hochkriegen gesagt. Ich befürchte es. Ich befürchte es. Wir müssen hier... Da ist einer drin. Da ist das Ding. Da war es eben gerade links zu sehen. Da ist nämlich ein Holz Gnom. Und ja. Und den will ich dran. Und den müssen wir auch dran. Okay. Wenn ich jetzt hier echt einen Gnom mit hochkriegen muss, ich weiß noch nicht wie. Huh. Ja. Klar. Da festhalten mit der richtigen Taste tut man auch nur, wenn man da richtig guckt, ne? Dieses Bad hat sich festgehalten. Okay, das hier geht langsam hoch. Die Frage ist halt, wie langsam geht das hoch? Oh, hier, er gibt Kommandos. Komm her. Kann ich einen von euch mitnehmen? Wer? Ne, ich kann keinen mitnehmen. Mach mal hin. Ich will auch. Okay. Ich glaube, das würde ne Stunde dauern, bis wir dann da hochfahren. Hehehe. Was ist das LP auf so viel Länge? In dem Fall ja. Hehehe. Wenn wir den Lift dann benutzen. Ja, so richtig schönes, wieses Achievement. Fahrt die ganze Strecke mit dem Ding hoch. So, gucken wir uns hier drinnen mal um. Hier ist die ganze Kohle. Kohle, 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 Kohle. Äh. Okay. Gut, in die Kohle, den können wir reinklettern. Nee, also hier sollten wir, glaube ich, auch noch nicht sein. Also müssen wir irgendwie da oben bei dem Gremmelhannis doch reinkommen. Meine... Äh, was machst du denn? Geh da durch. Dum dum da 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 dum dum da da da. Oh, verdammte Gurke. Verdammte Gurke. Verdammte Gurke. Ah. Brauchen wir den vielleicht? So nach dem Motto, wir machen mal ein bisschen Lärm, dass uns jemand die Tür öffnet? Und... Hä? Nö. Können wir hier noch mehr mitnehmen? Können wir vielleicht Sachen runternehmen? So geht's natürlich auch. Da muss er erst darauf kommen. Schnell, steh auf, Krabbel! Krabbel kommt! Oh, wird das unschön! Oh, wird das mies! Da steht das, wo ich dran will! Äh. Ich hab keine Ahnung, was wir hier tun müssen. trying duh, du fährst das hier rein? Schön über den Teppich! Grabe landet seine Werkstatt hier, oder was? Okay. Alter, das ist so Klapperhafe! Na geil, oh, nö, 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 oh Hannes, bitte. Oh, da wird hier gleich so aggro gehen. Das war's dir selber, du! Ochs vom Scheunentor. Hey, der hat mich wieder losgelassen! Bug! Das ist ein Bug! Scheiße. Ah, wie mies. Ja. Und ich glaube, bevor ich das Story relevante mache, wäre es fast sinnvoller, das andere zu versuchen. Oh. Den müssen wir nämlich mitnehmen! Das war nämlich ganz fies, sonst... Okay, ich hoffe, das ist so machbar. Nein, wir kommen nicht weiter! Nein! Na super, kriegen wir den Gloom jetzt hier nicht wieder raus? Das wäre... tierisch ungewöhn. Okay, wir müssen gleich mal vom letzten Kontrollspunkt starten! Das mit dem Gloom funktioniert so schonmal nicht! Okay! Okay, das heißt, wir müssen... Wir müssen jetzt hier anschalten. Dann? 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 Wir sind... Ja, ihr wird das. Komm! Komm! Okay! Das hat geklappt! Ooooooh! So, jetzt auf jeden Fall nicht mit dem Gnome da reinfallen. Hans, du alte Wurst! Okay, wir sollten rennen! Halt! Klob! Was machst du da? Komm her! Ai 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 Okay. Das wird... Müssen wir den hier mit... Also, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie die ganze Strecke mitkriegen. Das heißt, da oben ist ein kleiner Gnome! Hallo Gnome! Was machst du da? Ich stell den erst mal hier hin. Wartet mal. Könnt ihr hier vielleicht irgendwo... Ne, sieht nicht so aus. Wir sollten ihn aber auf jeden Fall irgendwie rausholen. Machen wir gleich. Ich weiß nicht, ob wir ihn sofort brauchen. Ist aber Possible. Ja, wir brauchen ihn. Ihr könnt schlecht den Holzgedogen da hochwerfen. Das wird nicht funktionieren. Hopp. Ich habe hopp gesagt. Ich habe hopp gesa... Okay, dann muss dem kein hopp, so. Okay, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Ja. Ja, komm. Ah. Hab dich lieb. So. Komm mit, komm mit, mein kleiner Freund. Komm, komm, komm. Was ist denn hier drüben los? Hier drüben könnten wir aber sogar hinkommen, ne? Oder? Ne. Ich glaube, das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Okay. Oder vielleicht doch. Auf jeden Fall müssen wir da rüber kommen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Ah, hier sind wir. Ah. 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 Das ist cool. Also das ist echt cool. Da fehlt jetzt eigentlich das Vieh. Was sind das Six her? Ah. Das war jetzt richtig cool. Okay, wir konnten Six kurz beobachten. Ansonsten, ich sehe hier nichts genug Fläschiges. Das sind ja keine Glööse. Das sind ja Flaschen, die wir suchen. Ja. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank für seinen Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss. Ah. 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 Ah.